Die Neun. Wow. Jetzt müssen schon die Schwächlinge ran. Wie läuft es mit meinem Antrag auf Versetzung? Deine Schicht geht noch drei Stunden. Oder geht's nicht mehr? Es geht immer. Ja. Der Zug nach Jena, wie es da wohl jetzt aussieht. Du wirst eh nicht damit fahren. Alles außer Versorgungsverkehr ist verboten. Mir wäre das jetzt so unheimlich. Ohne Zugführer, so ganz automatisch. Hey. Wer war das? Wer hat diese Anfängerin am Zaun arbeiten lassen? Der Arm ist ab. Die Infektion kann nicht mehr ins Gehirn wandern. Es werden keine Ausnahmen gemacht. Was meint ihr, warum nur zwei Städte überlebt haben? Das sind die Regeln.